Ihre nächsten Anschlüsse Zürich über Göttingen Abfahrt 15.45 Uhr Heute ist der Klappe 5 Minuten später von Gleis 13 Direkt gegenüber Gleis 13 Einfahrt ICE 10 79 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Göttingen Abfahrt 15.38 Uhr Heute 1. Klasse in Abschnitt E und F Vorsicht bei der Einfahrt Anschlüsse LE 10 nach Goslar über Hildesheim Abfahrt 15.42 Uhr Vongleis 12 Direkt gegenüber ICE 79 nach Zürich über Göttingen Abfahrt 15.45 Uhr Heute circa 5 Minuten später von Gleis 13 Gleis 12 Einfahrt RE 10 nach Goslar über Hildesheim Abfahrt 15.42 Uhr Vorsicht bei der Einfahrt Vorsicht bei der Einfahrt Ihre nächsten Anschlüsse ICE 79 nach Zürich über Göttingen Abfahrt 15.45 Uhr Vongleis 13 Direkt gegenüber IC 23 72 nach Stralsund Hauptbahnhof über Hamburg Hauptbahnhof Abfahrt 15.59 Uhr Heute circa 5 Minuten später von Gleis 16 Und IC 23 75 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Göttingen Abfahrt 16.05 Uhr Vongleis 13 Direkt gegenüber Direkt gegenüber Direkt gegenüber Direkt gegenüber Gleis 13 Einfahrt ICE 79 nach Zürich über Göttingen Abfahrt 15.45 Uhr Vorsicht bei der Einfahrt 2.30 Einfahrt IT 235 nach Karlsruhe Hauptfahrthof über Göttingen. Anfang 6.05 Vorsicht bei der Einfahrt. 2.30 Einfahrt IT 235 nach Karlsruhe Hauptfahrthof über Göttingen. Abfahrt 16.30 von Gleis 30 und RE 2 nach Göttingen über Elfen. Abfahrt 16.31 von Gleis 5 direkt gegenüber. 2.30 Einfahrt IT 235 nach Karlsruhe Hauptfahrthof über Göttingen. Abfahrt 16.30. 1.30 Einfahrt IT 235 nach Göttingen über Elfen. Abfahrt 16.31 von Gleis 30 und RE 2 nach Göttingen über Göttingen. 2.30 Einfahrt IT 235 nach Göttingen über Göttingen. 6.30 Einfahrt IT 235 nach Göttingen über Göttingen. Abfahrt 16.45 von Gönimizi 5 direkt gegenüber. 1.30 Einfahrt IT 246 nach Göttingen über Göttingen über Göttingen über Göttingen. Abfahrt 16.20 Einfahrt IT 245 nach Albinin. 2.3014 von Göttingen Gleis 12, Einfahrt RE10 nach Osla über Gildesheim, Abfahrt 16.42 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 13, Einfahrt ICE 771, Landpul, Hauptbahnhof über Göttingen, Abfahrt 16.45 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 13bras потерnt sollte noch wie der Asfahrt in Spur. Gleis 13, Einfahrt leiht, sind nicht stark, richtigen Sie noch 40. Gleis 15 De Carawur, bosses 941, Startой Auslust信ensória, Projektader Böhm, play�tes sind sehr alarmed. Nach über Hamburg, Hamburg-Sparkhof, Abstand 16.52 Uhr, vor sich bei der Eifel. Ihre nächste Anschluss ist 1.10 Uhr nach Palmovo, Windmarkstraße, Abstand 17.08 Uhr, von 3.17 Uhr, direkt gegenüber. Gleis 13, Einfahrt IC 2171 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Göttingen, Abfahrt 17.12 Uhr, vor sich bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse, RE10 nach Hannover-Bismarckstraße, Abfahrt 17.18 Uhr, von Gleis 17. ICE 883 nach München Hauptbahnhof über Göttingen, Abfahrt 17.30 Uhr, von Gleis 13. und RE2 nach Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 17.34 Uhr, von Gleis 17. Gleis 17, Einfahrt RE10 nach Hannover-Bismarckstraße, Abfahrt 17.18 Uhr, vor sich bei der Einfahrt. Einfahrt Kaple, mit weinen, Abfahrt 18. EinglijkияSabriano, Abfahrt 18. США